wir sind ein sehr junges universum wir sind in der expansion immer noch weiter und weiter und expansion mehr lebewesen mehr spezien jeden tag jede sekunde expansion 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 es ist schwierig selbst für uns einen überblick zu gewinnen über die größe über die vielfalt unseres universums von daher ist es oft viel mehr sinnvoll oder viel mehr von freude einfach hier und jetzt präsent zu sein und zu vertrauen dass wir jetzt am perfekten ort an der perfekten zeit sind und nicht so viel drüber nachdenken müssen wo ist was was könnte sein wenn und so weiter diese fragen sind für uns oft weniger interessant als für euch so so